Wenn Oliver Kahn jetzt zurückgetreten ist, der jetzt jahrelang Kapitän war, wäre das eine große Ehre einfach für mich. Es wäre eine schöne Sache und ich fühle mich natürlich auch bereit für sowas. Ich bin jetzt länger Profi gewesen, bin schon Jahre beim FC Bayern auch. Ich sehe das, glaube ich, dass ich den Respekt auch international habe vor meinen Leistungen. Deswegen sehe ich da überhaupt kein Problem, mich zum Kapitän auch zu machen.